Wir sind heute auf der Straußenfarm in Stocker und ich kann nur sagen, der Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt immer wieder Führungen. Ich blende euch... Okay, ich glaube, wir machen noch mal. Auf der Straußenfarm Heger Bodensee erfahrt ihr alles über die Zucht und Haltung dieser wunderbaren Tiere. Deckt euch im hauseigenen Hofladen mit besonderen Schätzen und Köstlichkeiten ein. Der Strauß, der stammt übrigens aus Asien. Ausgewachsen ist er bis zu 2,70 Meter groß. Bei den Führungen könnt ihr die Tiere hautnah erleben. Wir blenden euch die Homepage ein, da könnt ihr schauen, wann es die Führungen gibt. Und ich hoffe, euch hat dieses Schätzchen gefallen. Schreibt mal in die Kommentare was dazu.